Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Es geht heute darum, wie man Keilflamme bekommen kann, rennt doch nicht hier rum, Keilflamme und Furienblitz kriegen kann. Ja, das hier ist die Keilflamme. Ich zeige euch beide Pokémon mal im genaueren. So, das ist nämlich hier einmal also die Keilflamme und wir haben dazu noch den Furienblitz. Diese beiden Pokémon kamen jetzt neu dazu für alle Kamesin-Besitzer. Ganz wichtig. Das ist ein Video, was ausschließlich für die Kamesin-Besitzer ist. Aber wie ihr die Pokémon freischaltet, zumindest ist auch bei Purpur gleich. Nur die Orte, wo im Prinzip Eisenkrone und ich glaube Eisenfels sind die beiden, die es bei Purpur gibt. Die Orte, wo die sind, sind dann nur anders. Aber der Weg bis zu den Orten ist bei beiden Editionen gleich. Das heißt, also beide Voraussetzungen müsst ihr bei beiden Editionen gleich machen. Es wird noch ein Video extra für Eisenfels und Eisenkrone geben. Ich habe halt kein Purpur und muss gerade schauen, wo ich halt wie Aufnahmen herbekomme. Deswegen sind wir gerade dran. So, kurz zu beiden Pokémon. Also Keilflamme ist Feuer-Drachen-Pokémon und Furienblitz ist ein Elektro-Drachen-Pokémon. Haben beide die gleiche Fähigkeit, also wie Windewoge auch Paläosynthese, also wie alle Paradox-Pokémon. Der Special Signature-Move von Keilflamme ist Flammenschild. Das ist wie im Prinzip Schutzschild. Ihr werdet eine Runde lang nicht angegriffen, aber wenn ihr angegriffen werdet, dann verbrennt der Gegner. Also ihr habt dann eine Verbrennung auf dem Gegner. Und bei Sturmblitz ist ein Erstschlag Elektroangriff, der aber nur ein Erstschlag ist, wenn der Gegner eine Attacke einsetzen möchte. Wenn er zum Beispiel Ränkespiel einsetzt, dann würde Sturmblitz so gesehen nicht treffen. Das ist ein Spezialangreifer und das ist ein physischer Angreifer. Das kann man euch auch nochmal nebenbei sagen. So, wie startest du das Ganze denn? Also, wenn ihr die beiden haben wollt, dann müsst ihr in das, klar, zweite DLC. Das ist die Grundvoraussetzung und dann müsst ihr hier an den allerersten Punkt an Savann-Raststätte 1. Also im Prinzip hier unten hin. Da müsst ihr hin. Und da seht ihr schon die Fotografin stehen. Die steht nämlich hier. Man kennt sie aus dem ersten DLC schon. Und wenn ihr diese ansprecht, dann bekommt ihr von ihr die Aufgabe, 200 Pokédex-Einträge zu bekommen. Das müsst ihr mir als Grund voraussetzen. Vorher könnt ihr die Quest dann nicht weiterspielen. Ihr sagt euch dann, ja, holt erstmal die 200 Pokédex-Einträge. Das ist mit vielleicht ein bisschen Aufwand verbunden, weil es gibt im ganzen Pokédex aktuell 242, eventuell 43. Da gibt es noch ein anderes Pokémon. Das heißt, ihr müsstet zum Beispiel die Starter eventuell mitholen, weil die Starter machen sehr viel aus. Aber ihr müsst auf jeden Fall 200 gefangene Pokémon haben. Also allein die Starter sind schon über 40 Pokémon, die man in dem Pokédex haben kann. Wenn ihr diese 200 erreicht habt, dann könnt ihr zu ihr zurückgehen. Und dann startet die Questreihe, dass sie sagt, hey, sie hat zwei Bilder für euch. Natürlich, wenn ihr an diese beiden Orte geht, dann findet ihr an diesen beiden Orten dann Keilflamme und Furienblitz. Ich zeige euch gleich die Orte, wie ihr da hinkommt. Wenn ihr dann mit der Quest fertig seid, müsst ihr aber wieder zu ihr zurück. Ja, ganz wichtig. Das heißt, man muss dann mit ihr quatschen. Wenn ihr das zweite Mal das macht, also heißt, nachdem ihr die Pokémon gefangen habt, dann kommt ihr zurück. Dann macht ihr hier ein paar Fotos von den Pokémon. So, zack, fehlt noch ein weiteres. Dann redet ihr die so gesehen wieder an. Dann sagt sie euch im Endeffekt, hey, ihr habt jetzt Furienblitz geholt. Aber ihr bekommt dafür noch eine Belohnung. Das ist ganz wichtig. Also nehmt das auf jeden Fall mit, dass ihr die beiden habt. So, zack, dann quatschen wir mit der. Dann macht ihr auch nochmal ganz kurz ein Foto. Und dann bekommt ihr, wie gesagt, die Belohnung. So, ihr habt was anderes erwartet. Ja, ich weiß nicht. Ich finde beide ein bisschen komisch. Also, Keilflamme finde ich ganz geil. Furienblitz finde ich irgendwie so ein bisschen komisch. Und als Belohnung bekommt ihr einen Turnierball, ja. Auch einen Specialball, den man, ja, ihr seht aus der Joto-Region damals vom Käfer-Turnier mit diesem Symbol drauf. Ist ein ganz geiler Ball. Kann man sich auf jeden Fall aufheben, ja. So. Dann erzählt ihr euch hier blablabla. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz zu den Orten, wo ihr die beiden finden könnt. So, und dazu müssen wir nach Paldea zurück. Das heißt, also ganz normal nach Paldea. Ja, ich bin jetzt zu Pokémon-Liga geflogen. Und dann müsst ihr einfach nur in den Schlund rein. Ja, ihr könnt ja eben mit der neuen Flugfunktion einfach hochfliegen, reinfallen. Und dann spawnt ihr immer an der gleichen Stelle im Schlund. Das ist so der, also in der Zone 0. Das ist so der einfachste Weg. Also Pokémon-Liga hochfliegen, reinfallen. Ja, geht am schnellsten. So. Dann landen wir ja genau hier, ja. Ihr habt dann im Prinzip das als Hintergrund. Also hier starten wir bei den Gebäuden, ja. Dann lauft ihr jetzt hier vor. Und dann seht ihr jetzt hier vorne Wasserfälle. So, vor euch. Wir sehen hier links einen. Und wir sehen dann da einen zweiten. Und hier sehen wir einen dritten. Und genau an dieser Stelle da drüben. Also ich habe ihn ja schon gefangen. Ich werde trotzdem mal ganz kurz mit euch hinlaufen. Genau an dieser Stelle, wenn wir hier rüber zoomen, ist er, ja. Ja, also genau bei dem mittleren Wasserfall. Wir haben hier links einen Wasserfall. Wir haben hier rechts einen Wasserfall. Und in diesem Wasserfall genau vor uns ist im Endeffekt Keilflamme. Also ich werde jetzt ein bisschen abkürzen. Ja, sonst geht das Video zu lang. Ihr müsst im Prinzip einmal rüber. Ihr könnt aber auch hier rechts lang laufen und klettert dann da hoch. Wie gesagt, wir sind uns gleich am Spot. So, und seid ihr dann angekommen an dem Platz, würde das Eisen, äh, die Keilflamme genau hier stehen. Ja, das heißt, würdet ihr an diesem Ort hier, würdet ihr bei euch hin, genau hinter dieser, ähm, in diesem Suchteil, die ihr seht, hier ist direkt der Wasserfall. Ihr seht auch nochmal hier, da ist der linke Wasserfall und da ist auch nochmal der, der, da der linke und da der rechte Wasserfall. So, ja, heißt also, ihr habt links und rechts einen Wasserfall. Und hier in der Mitte befindet sich dann das Keilflamme. So, am besten geht ihr von hier aus dann weiter zum Furienblitz. Also, ich würde den zuerst mitnehmen, weil die Furienblitz ist viel, viel weiter unten. Ich habe es jetzt so gemacht, ich bin einfach hier runtergesprungen beim ersten Mal und habe mir links dieses Observatorium da genommen. Ja, ihr seht ja dieses Gebäude auf der linken Seite. Da bin ich im Prinzip hin und, ähm, gehe von da aus dann weiter. Es ist, finde ich, ein Ticken leichter. Klar, ihr könnt auch generell runterspringen. Und wenn ihr genau wisst, wo das Observations, ähm, Teil Nummer 3 ist, fliegt direkt dahin, ja. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich es dann verfehle. Auch hier fürs Video, deswegen finde ich es am einfachsten, einfach zu so einem Gebäude zu gehen. Ihr könnt auch ein anderes benutzen, das ist vollkommen egal. Nehmt hier den Teleporter und sagt, ihr wollt zum Observationsstation Nummer 3 gehen. Weil von da aus ist es am einfachsten, ja. Das heißt also, ihr geht im Prinzip zu der Observationsstufe 3, geht dann einmal einfach ganz normal raus. So, zack. Und wenn wir jetzt da draußen angekommen sind, müsst ihr einen kleinen Weg laufen, aber auch wirklich nicht schwer. Also wir gehen da im Prinzip, äh, wir rauskommen, so einmal aufmauten, dann müssen wir nach rechts weg, ja. Einfach nach rechts hier diesen Weg lang laufen. Also ihr lauft hier komplett einfach lang. Ähm, hier geht's dann zack. Und dann seht ihr da vorne so ein kleines Stückchen, was so leicht nach oben geht. Oh, jetzt bin ich gerade gegen Gira Pharis gelaufen. Ähm, dieses Stück, was so leicht hoch geht, habt ihr ja gerade gesehen. So. Wie bitte denn kommt? Danke. Ihr seht nebenbei, der ist ganz schön groß, ey. Im Kämpfen ist das schon, äh, nimmt ganz schön viel Platz weg. Ja, ist ganz, ist, ist okay, ist, ist ganz cool. So. Dann sind wir hier drüben angekommen. Dann seht ihr, wenn wir das hier hochgelaufen sind, haben wir hier diese Wasserfläche. Und genau auf dieser Wasserfläche haben wir dann hier vorne Furienblitz stehen. Also ungefähr hier, ja. Also heißt auch relativ einfach, Observationsstufe 3, rauslaufen, zack. Und dann findet ihr da Furienblitz. Und das sind im Prinzip die beiden Spots. Ich hab jetzt hier nochmal in mein Team Windewoge reingepackt, weil es ja das Drio so gesehen komplett macht. Dazu gibt's aktuell gar keine Info, ob man diesen irgendwie im DLC fangen kann. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme sieht es sehr, wahrscheinlich nicht danach aus, dass er only über die Events bleibt, was ich sehr schade finde. Aber so wie es aussieht, wirkt auch sein Eintrag sich nicht auf den Pokédex aus. Zumindest haben wir das mal so durchgezählt und es sieht so aus, als ob Windewoge und Eisenblatt nicht zu der Anzahl dazuzählen, um die maximale Belohnung zu bekommen. Weil man bekommt den maximalen Pokédex-Eintrag bei 240. Ja. Und ihr könnt mehr als 240 Pokémon fangen mit Windewoge und Eisenblatt gezählt. Deswegen sieht es so aus, als ob diese nicht dazuzählen. Also so kann man trotzdem alle Belohnungen bekommen, was man halt im Endeffekt das Gegenstück nicht braucht, was man aus dem Raid bekommen hat, falls ihr nur Windewoge besitzt. Ja. Wie gesagt, für Purpur gibt es nochmal zwei andere. Das sind im Prinzip Eisenfels und halt diese Eisenkrone, wie das heißt. Also das Kobaldium und das Terrakium in der Paradox-Zukunftsform. Aber die haben, wie gesagt, einen anderen Ort. Die sind zwar auch in Zone 0, ja, ganz wichtig. Also die sind auch hier, aber an zwei anderen Orten. Da wird es nochmal ein separates Video zu geben. Aber ihr müsst erst mal die 200 Pokémon im neuen Pokédex haben. Das ist ganz wichtig. Also wie gesagt, 200 Pokémon in diesem Dex und da muss halt wirklich Gefangen stehen, ja. Also wirklich nicht bekämpft, sondern Gefangen. 200. Dann könnt ihr das Ganze starten. So Leute. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, welchen der beiden ihr vielleicht cooler findet. Ich finde ehrlich gesagt, Keilflamme besser. Ich mag Furienblitz sein Style nicht. Wie die beiden spielbar sind. Es wird auf jeden Fall demnächst Videos geben, wie man die beiden in Raids spielen kann. Genauso wie auch mal ein Video kommt, wie man dann Eisenkrone und Eisenfels spielen kann. Ja, also ich werde mich ein bisschen dran setzen, mal angucken, was bei denen so beiden machbar ist, weil die scheinen ganz gut spielbar zu sein. Kommt ein Video zu. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.